Herzlich Willkommen jeder Einzelne von euch hier bei ULTRA. ULTRA.de WebTV bei Google eingeben, dann wisst ihr genau, was hier gemacht wird. Wir sind eine Firma und wir machen hiermit Spaß. Das da ist Spaß. Bitte unterscheiden. Es wird Zeit, dass mal unterschieden wird. Alle Personen, die online gehen, haben vielleicht Absichten. Meine eine hat keine Absicht. Meine eine macht Video, Videoclip, beruflich, Hobby, Hobby, Beruf, ein und dasselbe. ULTRA.de WebTV steht dafür, dass wir etwas machen für die Allgemeinheit. Weil die Allgemeinheit ist unser Kunde. Du bist Kunde, du bist Kunde, der, der, der. Alles sind Kunden. Wir sind zur Zeit keine Kunden bei euch. Wir können bei euch kein Kunde werden. Außer ihr arbeitet in einem Konsum, Rewe und Co. Dann wären wir in dem Moment Konsumenten. Aber in Wirklichkeit sind wir Dienstleistung. Hier ist Dienstleistung. Wir machen es schon seit 1979. Wir sind jetzt 40 Jahre dabei. Wir haben alles gefeiert. Wir hatten gefeiert. Und wir haben sehr viele zu Grabe getragen. Darum erlöscht so langsam der Goodwill. Goodwill bedeutet, man akzeptiert euch, wie ihr euch verhaltet. An die Adresse derer, die sich negativ verhalten. Sehr negativ verhalten. So, die positiv sich verhalten, mit denen kommt man ja auch wunderbar klar. Auch denen gegenüber wird sich positiv verhalten. Warum so viele Negative online crashen, angreifen oder dummes Zeug von sich geben, das bleibt unerklärlich. So, unerklärlich bleibt das, was irgendwie um uns herum geschieht. Corona ist ein Thema, das ich nicht aufgreife, aber jeden Tag bearbeiten muss. Dieses Video ist gestaltet in einem Wochenende und soll auch jegliches Wochenende als Stimmung dienen, in das Wochenende zu gehen, in diesem Wochenende kreativ zu sein, für sich zu sein, sich zu relaxen, sich zu generieren und sich irgendwie zu entwickeln. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, so, als Ultra HD Web TV sind wir nun mal Dienstleistung und wir bedienen jeden, ob nun jetzt in Corona, wo er seine Sachen braucht, oder in irgendwelchen Unterhaltungen wir da einpflegen, aufzeichnen, überspielen oder niederschreiben sollen. So, unser Beruf ist die Welt der Medien. Wir leben hier in der sogenannten Datenautobahn. Die Datenautobahn ist euer Phone, euer Handy ist egal, wie das genannt wird. Egal, was auf eurem Phone ist, wir bearbeiten es hier für euch. Ihr sendet uns eine Mail, wir drucken die Mail aus und ihr geht nach Haus. Ihr braucht ein Foto, wir machen das Foto nach Vorschrift und ihr geht nach Hause. Ihr seid zufrieden. Ihr habt zehn Jahre Ruhe mit eurem Ausweis. Ihr braucht eine Bewerbung, also machen wir Bewerbungsbilder. Ihr kommt freudig rein, ihr habt die Arbeitsstelle. Es hört sich wunderbar an, dass das Foto, was wir mit euch gemacht, doch zum Ziele gereicht und ihr sogar an, ja, ihr habt einen Job. Ich habe hier viele, die zwölf Jahre, zwölf Jahre gekämpft haben und jetzt einen Job haben und sind glücklich. Und darum geht es, glücklich. Nicht jeder kann glücklich sein. Jeder will auch gar nicht glücklich sein. Es gibt so viele Verrohungen, es gibt so viele Angriffe, es gibt so viele böse Menschen. Das ist halt so. Damit muss man leben. Ich möchte neutral bleiben als Ultra. Ich bin bei Ultra TikTok, ich bin bei Ultra Facebook, ich bin bei Ultra WhatsApp und ich bin bei... Ich bin Ultra. Ultra ist die neue Norm, also das etwas gehobenere, schärfere Bild. Und das machen wir täglich. Wir zeichnen nicht nur auf für die Stars und Sternchen, wir zeichnen natürlich hin und wieder auch auf für ganz normale Menschen, so wie Dr. Dead, Mut zur Lücke, ein sogenannter Zahnarzt oder Schauspieler, die kämpfen um ihren Job, ja, so wie Prashant Jaiwal, der da kämpft wie so ein Weltmeister, ein Inder, der in einigen Filmchen zu sehen war. Sein größter Erfolg war Stromberg. So, dann haben wir den Frank Zander, den kennt ihr, der lebt auch in Berlin. Dann kennt ihr noch diverse andere, die leben auch alle in Berlin und das war mal Kundschaft. Diese Kundschaft ist aber erloschen, weil wir sind ja hier in der Stadt Essen und die Stadt Essen kann man so langsam vergessen. Weil wir haben den Ruhr-Schleichweg, die A40 und an der A40, Wickenburg zweimal links raus, kommend vom Rhein-Ruhr-Zentrum, Wickenburg zweimal links, wäret ihr hier bei uns, hier im Medienhaus Ultra HD Web TV, dem Sondersender Nordrhein-Westfalen. So, seit 1979 haben wir geholfen, wir haben wirklich geholfen und wir helfen immer noch, aber so langsam fangen wir an ruhiger zu werden, weil Corona zerstört. Corona ist keine Erkrankung, Corona ist ein Angriff, ein Cyber-Angriff auf unsere Gesellschaft. Man glaubt, wer zu fest glaubt, der macht noch mehr kaputt und die Nichtgläubigen, die dagegen, die machen natürlich am Wochenende immer Krach. So, aber passiert am Ende nichts, sondern wir leiden, wir Mittelständler leiden, wir im Mittelstand leiden, ja, wir sind die, die dumm dran sind. Wir haben den Ärger, ja, und daran denkt wohl keiner. Wenn wir so annehmen, wir nehmen nur an, wir glauben nichts, die Annahme ist, dass der Mittelstand zerstört werden soll. Oder zu junge Menschen, um die 30, 40, die mit zu viel Geld, weil wir haben 150 Milliardäre in Deutschland. Das sind Familien. Milliarden. Millionen. Ja, so. Wenn diese 10% von den 90% und in den 90% will ja jeder zu dem 10% gehören, ja, und diese 10% sind so geschickt und geben euch diesen 90 hin und wieder kleine Mächte. Und diese kleine Macht, die ihr dann habt, generieren denen ja noch mehr Macht und noch mehr Geld. So, das ist halt so. Ich kann auch nichts dafür. Ich mache jetzt das Geschäft auf. Ich hoffe, die Kundschaft kommt heute. Ich hoffe, ich habe gute Kunden. Ich hoffe, ich habe fröhliche Kunden. Und ich hoffe, den Kunden geht es gut. Mehr möchte ich gar nicht. So, heute ist der Freitag gewesen. Ich habe euch begrüßt. Ich habe ein bisschen Statement. Ich habe mich ein bisschen vorgestellt. Das muss reichen. Das muss reichen. Weil YouTube ist ja, was YouTube ist. Facebook ist ja noch schlimmer. TikTok, das geht ja noch. Das macht ja richtig Spaß. So, Whatsappen. Das bringt nichts. Äh, ja, das bringt nichts. Und deswegen haue ich ab. Ciao. Ciao.